Ja, hallo ihr euch und meine Freunde und herzlich willkommen zu Eurotrack Simulator 2. Ja, die neue TSM-Map 4.5.5a ist da und die habe ich mir jetzt heruntergeladen und auch schon aktiviert und wir werden natürlich auch gleich fortfahren. Auf einmal, dass das funktioniert. Ja, genau. Da, das brauchen wir und laden. Ja. Gut, gut, gut. Angenommen, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Alles klar. Ein, das Spielverkehr zur Vermeidung. Lieferung, Abgebung, bla bla bla. Okay. Gut, wir müssen jetzt E-Auftragsangebot schauen. Frachtmarkt. Haben wir hier irgendwas? Und zwar, wir sind hier in Casablanca. Oh, wir haben was. Casablanca. Ah, aber da ganz hohe. Die ist von Casablanca, Casablanca. Aha, aha, aha. Ne, da haben wir einen nach Rabat. Aber er läuft in 5 Minuten. Ich würde sagen, nehmen wir die doch gleich. Ich hoffe, wir schaffen es pünktlich dorthin. Gut. Das werde ich mal nach Rabat kommen. Mal ein bisschen weg von da, wo wir sind. Komm, komm, laden, stille. Gut. Dann geht es auch schon los. Gut. Die haben wir hier komplett ausgebaut. Oh, sieben Kilometer. Sieben Minuten gezeigt da. Ach, verdammt. Das wird wieder zeitlich wahrscheinlich das Arsch knapp werden. Dann lass mich da durch. Fahrt, 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 fahrt. Ihr habt es eilig. Komm, komm, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. So. Ach, nee, fahren ohne Licht. Ich habe es doch angemacht. Müssen wir zweimal drücken, verdammt. So. So. Oh, links. Nein, 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 nein. Ich habe noch mal gedacht, wir schaffen es noch. Aber dem ist nicht so. Ja, jetzt soll in Spanien eine neue Stadt hinzugekommen sein. Und zwar in der spanischen Kiste. Bei Boa heißt die, glaube ich. Oder so schreiben wir es zumindest. Und ja, leider kommen wir da noch nicht hin. Deswegen versuche ich hier so weit wie möglich nach Süden zu kommen. Und mit der Hoffnung, dass wir dann die eine oder andere Fuhre dahin drehen. Ja, ich bin verdammt schnell unterwegs. Ja, 27 PS merkt man halt. Ja, jetzt habe ich wieder 50 km vorher geblinkt. Aber ist ja wurscht. Na, komm, schalte rum. Na, komm, fahr zu. Ich habe nicht viel Zeit. Also lass mich, danke. Okay. Und da ist nichts mehr da. Ach, verdammt. Ah. Manometer. Mal schauen, haben wir jetzt irgendwas da? Es sind immer so knapp. Aber warte mal. Vielleicht haben wir Glück. Nein, es ist nichts da. Okay, da. Nach Tassa. Achso, nee. Ich muss ja hier schauen. Drei Minuten, neun Minuten. Den müssten wir kriegen. Der ist da unten drin hier. Nein, 27 km. Wir machen das jetzt anders. Wir machen jetzt erstmal einen schnellen Auftrag, weil ich möchte nämlich mal die neue Gegend anschauen. Dafür haben wir ja Glück und wir können uns hier... Irgendwo soll da eine neue Stadt sein. An der Barcelona, an der Küste. Bilbao. Genau. Das ist die neue. Aber so wie es aussieht, kriegen wir da nichts. Nee, 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 nee. Schade eigentlich. Nee, dann versuchen wir doch die, was wir jetzt haben. Lassen wir das zumindest hinkriegen. Los, los, los. Fahr, fahr, fahr. 28 km. Aber das ist auch zu knapp. Da wird neun Minuten angezeigt. Ach, verdammt, ich muss... Ja, warte, ich muss Flanfracht hochbringen. Das werde ich dann auch machen. Jetzt werden wir uns einfach einen schnellen Auftrag raussuchen. Und zwar nehmen wir erstmal den kleinen hier. Komm, komm. Licht an. Dann fahren wir erstmal die kleinen Aufträge hier. Weil allzu viele Punkte... Ah, halt mal schauen sollen. Allzu viele Punkte dürften mir jetzt eh nicht mehr fehlen zum Aufstieg. Komm, komm. Komm, komm. Dann sind wir alle von derressenden aufgerichtet. Dann dauern wir doch mal kurz. Ein bisschen nieder. Hör hier. Einmal wird drauf aufpassen, weil hier ist der Blinker. Ah, der Blitzer. Gut, ah, jetzt höre ich die Ampel. Nein! Ach, komm, das ist doch... Jetzt hat die Bremse nicht funktioniert, verdammt. Oder die hat schon funktioniert, aber ihr habt zu spät gebremst, naja, jetzt ist es auch schon egal. Ach, jetzt müssen wir da reinfahren. Das ist ja der Parkplatz hier, oh ja. Das wird... Wird ja witzig. Habe ich versucht selbst einzuparken, ist ja klar. Weil wir kriegen ja jede Menge Punkte. So, jetzt fahren wir einmal hier rum. Dann schauen wir mal, dass wir da so hinkommen, dass wir rückwärts gut einparken können. So, wie sieht's jetzt hier aus? Ich glaub, ich komm hier... Komm ich hier rein, wenn ich mich hier rein zwänge? Ja, das schaut schlecht aus. Nee, das passt nicht. Machen wir mal folgendes. So. Jetzt versuchen wir den da rein zu bringen. Ich hoffe, das haut hin. Hm. Nee. So nicht. Ah, das ist doch blöd. Obwohl, das sieht doch... ... einigermaßen gut aus. So, jetzt muss ich bloß mal... Nein. Ah, Unfall verursacht. Ach man, ist das ein Scheiß. Dieser Parkplatz ist der geilste, finde ich. Aber... ... auch der schwerste. Vielleicht kommen wir ja hier rum. Ich müsste es anders machen. Ja, wir fahren da jetzt anders hin. Nochmal hier rum. Ja, es ist immer ganz blöd, der Parkplatz. Aber ich liebe diesen Parkplatz und ich möchte einparken. Einparken. Nur ein bisschen einparken. Ich hab's doch schon mal hingekriegt. Verdammt. So. Dann schauen wir mal. Erstmal so rum noch ein bisschen. Ah, jetzt bin ich schon wieder... Nee, glaub nicht, dass ich das so hinkrieg. Nee, da muss ich noch ein bisschen vor. Aber es sieht schon mal gut aus. Dann haben wir ein bisschen vor. Aber es sieht schon mal gut aus. So. Und? Ja. Ja. Es klappt, glaub ich. Noch ein bisschen. Das muss ich noch ein bisschen. Das muss ich noch ein bisschen vor. Das muss ich noch ein bisschen vor. Ah. Ich bin noch ein bisschen zu schief drin. Ach nee, komm. Das geht's ja nicht. Hallo. Komm. Nein. Jetzt bin ich festgefahren. Na ja. Schade. Schade. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Okay, jetzt wissen wir, dass uns noch circa 600 Punkte fehlen. Ah. Schnellauftrag. Casablanca, Casar. Ah. Ja. Das ist die Strecke wieder. Ah. Nee, das ist eine andere. Dann komm ich nach Guida. Genau. Und dann haben wir doch die gleiche. Oder warte mal. Haben wir da noch einen, wo noch mehr Geld bringt? mach es lass mal gucken machen wir mal folgendes Preis oder Preis genau so dann hier, ach das ist die die will ja eigentlich nicht noch mehr fahren die haben wir jetzt so oft gefahren aber wir können doch die mal ha ja aber wir brauchen die Kohle und das Ding also müssen wir einmal aber wir fahren diesmal andersrum gut ist los? ja geht doch gut so ähm wo komm ich da jetzt raus? so rum glaube ich jawoll so und wie die Fahrt verläuft sehen wir dann beim nächsten Mal ja erstmal schon mal vielen Dank fürs Zuschauen ja bis zum nächsten Mal tschüssi und ja ich würde mich über einen Daumen hoch freuen wäre echt super also bis dann, ciao da bis zum nächsten Mal chau bis zum nächsten Mal chau bis zum nächsten Mal